Pudding, schön, dass du wieder da bist, Mausi. Mach Platz. Fein. Und jetzt, jetzt als Geschenk hat unser Hund Pudding, was hat Pudding gemacht? Was hat Pudding gemacht, Leila? Er hat auch meine Hose, die selber abgerollt. Okay, das sieht man jetzt nicht so, aber jetzt kommt der absolute Knüller. Leute, guckt euch das hier an. Zeig mal. Oh mein Gott, Gibi. Was ist das da? Pudding Spucke. Bist du sicher? Ganz ehrlich? Also deine Mama habe ich auch schon mal so gesehen. Ey, spinnst du? Nein, was denn? Ey, was denn? Was meint er? Pudding hatte ich auch schon mal übertrieben voll gesabbert. Stimmt's? Ja. Stimmt's? Oh nein, Gibi. Oh nein, eklig.